Der andorranische Jude – eine Parabel von Max Frisch In Andorran lebte einmal ein junger Mann, den man für einen Juden hielt. Zu erzählen wäre die vermeintliche Geschichte seiner Herkunft, sein täglicher Umgang mit den Andorranern, die in ihm den Juden sehen. Das fertige Bildniß, das ihn überall erwartet – beispielsweise ihr Mißtrauen gegenüber seinem Gemüth, das ein Jude, wie auch die Andorraner wissen, nicht haben kann. Er wird auf die Schärfe seines Intellektes verwiesen, der sich eben dadurch schärft, notgedrungen. Oder sein Verhältniß zum Geld, das in Andorra auch eine große Rolle spielt. Er wußte, er spürte, was alle wortlos dachten. Er prüfte sich, ob es wirklich so war, daß er stets an das Geld denke. Er prüfte sich, bis er entdeckte, daß es stimmte. Es war so, in der Tat. Er dachte stets an das Geld. Er gestand es, er stand dazu, und die Andorraner blickten sich an, wortlos, fast ohne ein Zucken der Mundwinkel. Auch im Dingen des Vaterlandes wußte er genau, was sie dachten. So oft er das Wort in den Mund genommen, ließen sie es liegen wie eine Münze, die in den Schmutz gefallen ist. Denn der Jude, auch das wußten die Andorraner, hat Vaterländer, die er wählt, die er kauft, aber nicht ein Vaterland wie wir, nicht ein zugeborenes, und wiewohl er es meinte, wenn es um andorranische Belange ging, er redete in ein Schweigen hinein wie in Watte. Später begriff er, daß es ihm offenbar an Takt fehlte, ja, man sagte es ihm einmal rund heraus, als er, verzagte über ihr Verhalten, geradezu leidenschaftlich wurde. Das Vaterland gehörte den Andern, ein für allemal, und daß er es lieben könnte, wurde von ihm nicht erwartet. Im Gegenteil, seine beharrlichen Versuche und Werbungen öffneten nur eine Kluft des Verdachtes. Er buhlte um eine Gunst, um einen Vorteil, um eine Anbiederung, die man als Mittel zum Zweck empfand, auch dann, wenn man selber keinen möglichen Zweck erkannte. So wiederum ging es, bis er eines Tages entdeckte, mit seinem rastlosen und alles zergliedernden Schafssinn entdeckte, daß er das Vaterland wirklich nicht liebte, schon das bloße Wort nicht, das jedes Mal, wenn er es brauchte, ins Peinliche führte. Offenbar hatten sie recht. Offenbar konnte er überhaupt nicht lieben, nicht im andorranischen Sinne. Er hatte die Hitze der Leidenschaft, gewiß, dazu die Kälte seines Verstandes, und diesen empfand man als eine immerbereite Geheimwaffe seiner Rachsucht. Es fehlte ihm das Gemüt, das Verbindende. Es fehlte ihm, und das war unverkennbar, die Wärme des Vertrauens. Der Umgang mit ihm war anregend, ja, aber nicht angenehm, nicht gemütlich. Es gelang ihm nicht zu sein wie alle anderen, und nachdem er es umsonst versucht hatte, nicht aufzufallen, trug er sein Anderssein sogar mit einer Art von Trotz, von Stolz und lauernder Feindschaft dahinter, die er, da sie ihm ja selber nicht gemütlich war, hin wiederum in einer geschäftigen Höflichkeit überzuckerte. Noch, wenn er sich verbeugte, war es eine Art Vorwurf, als wäre die Umwelt daran schuld, daß er ein Jude ist. Die meisten Andorraner taten ihm nichts, also auch nichts Gutes. Auf der anderen Seite gab es auch Andorraner eines freieren und fortschrittlicheren Geistes, wie sie es nannten, eines Geistes, der sich der Menschlichkeit verpflichtet fühlte. Sie achteten den Juden, wie sie betonten, gerade um seine jüdischen Eigenschaften willen. Schärfe des Verstandes, und so weiter. Sie standen zu ihm, bis zu seinem Tode, der grausam gewesen ist, so grausam und ekelhaft, daß sich auch jene Andorraner entsetzten, die es nicht berührt hatte, daß schon das ganze Leben grausam war. Das heißt, sie beklagten ihn eigentlich nicht, oder ganz offen gesprochen, sie vermißten ihn nicht. Sie empörten sich nur über jene, die ihn getötet hatten, und über die Art, wie das geschehen war. Vor allem die Art. Man redete lange davon. Bis es sich eines Tages zeigte, bis er selber nicht hat wissen können, der Verstorbene. Daß er ein Findelkind gewesen, dessen Eltern man später entdeckt hat, ein Andorraner wie unser einer. Man redete nicht mehr davon. Die Andorraner aber, so oft sie in den Spiegel blickten, sahen mit Entsetzen, daß sie selber die Züge des Judas tragen. Jeder von ihnen. Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es von Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne gelten. Gott als das Lebendige in jedem Menschen, das nicht erfaßbar ist. Es ist eine Versündigung, die wir, so wie sie an uns begangen wird, fast ohne Unterlaß wiederbegehen, ausgenommen, wenn wir lieben.